Musik Das ist Julia, das ist Jasmin und das ist Leonie. In der Umkleide der EGS Schule berieten sich die Mädchen, was sie anziehen sollen. Sie entschieden sich für Pink, aber Julia weinte, weil sie ihr Sportzeug vergessen hat. Jasmin sagte, geh doch zu Herr Z. Frag Herr Z mal nach Sportsachen. Du kannst doch ohne Sportsachen mitmachen. Alle zusammenkommen, wir spielen jetzt Fußball. Die Mädchen gegen die Jungs. 1 zu 0 für die Mädchen. 1 zu 1, der Ausgleich. 2 zu 1 für die Mädchen, sie haben gewonnen. 2 zu 1 für die Mädchen. 2 zu 1 für die Mädchen. 2 zu 1 für die Mädchen. 3 zu 1 für die Mädchen. 3 zu 1 für die Mädchen. 3 zu 1 für die Mädchen. Vielen Dank.